Möchtest du noch etwas Tee? Ach, was ich gern möchte, ist dich zum Armen. Gern akzeptiert. Ich weiß nicht, was du zu Mike gesagt hast, aber es muss etwas höchst Bemerkenswertes gewesen sein. Leslie, ich denke, er ist eben ein bemerkenswertes Kind. Ich nehme an, er hat sich schon seit langem darauf vorbereitet. Rose hat mir unten gesagt, dass seine Großmutter mit ihm gesprochen hat über ihren unausweichlichen Tod. Ich möchte ihm helfen, Leslie, das will ich. Ich weiß, und das wirst du. Wir beide wollen das. Also ich, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es ist eine große Lehre in meinem Leben, jedenfalls was Kinder anbelangt. Es war so schön, Laura aufwachsen zu sehen. Aber das ist das Problem, sie ist jetzt erwachsen. Ich weiß. Ich weiß genau, wie sehr du dir eigene Kinder gewünscht hast. Ich wünsche mir dich in mein Leben zurück. Ich möchte dich so gern wiederhaben. Falls du mich wiederhaben willst, aber gleichzeitig kann ich nicht auf den anderen Wunsch verzichten. Und ich möchte mehr als nur Mike helfen. Das dachte ich mir. Ich möchte das Sorgerecht für ihn und ihn dann möglichst bald adoptieren. Ich weiß. Das weiß ich längst.